Mit der optischen Tarnung kannst du nahezu unsichtbar und so zu einem echten Ghost werden. Und das Beste daran, die Tarnung ist ultra leicht zu bekommen. Abonniere mich auch gerne auf YouTube für noch mehr Ghost Trick & Breakpoint Tutorials. Um die optische Tarnung zu bekommen, startest du entweder über die Taktikkarte unten rechts oder über die Einsatzzielübersicht in der Mitte Operation Motherland. Nachdem du die Einführungsmission abgeschlossen hast, erfüllst du im ersten freigeschalteten Sektor mindestens zwei der drei Destabilisierungsmissionen, um die Hauptmission freizuschalten. Diese Hauptmission führt dich zu einem Compound mit vielen Gegnern. Mein Tipp, geh einfach hintenrum rein, denn so hast du minimalen Feindkontakt und kannst das Ganze ohne Probleme Stealth abschließen. Bis zu diesem Punkt dauert es vom Start an ungefähr 30 Minuten. Und hier steht jetzt die Kiste, die du looten musst, um die optische Tarnung zu bekommen. Die Tarnung ist anfangs noch relativ schwach, aber du findest in vielen Gebieten und Basen solche Kisten, die Punkte enthalten, mit denen du die Tarnung weiter aufwerten kannst.